Hallo ihr Lieben und Willkommen zum Basic 2 zum Thema Piktogramme. Für dieses Video benötigt ihr ein Blatt Papier und einen Stift. Stoppe jetzt das Video und legt ihr alles bereit. Im Basic 1 sind wir bei der Überlegung stehen geblieben, wie wir große Rundungsfehler und Unübersichtlichkeit vermeiden können. Schauen wir uns nochmal die Tabelle aller Bundesländer an. Hier gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen absoluten Häufigkeiten. Wenn wir für das Piktogramm eine einheitliche Wertigkeit wählen, dann kommt es zu einer ungenauen oder unübersichtlichen Darstellung. Wie können wir dieses Hindernis überwinden? Ich werde dir in diesem Video zwei Möglichkeiten präsentieren. Wir haben einerseits die Möglichkeit halbe Symbole abzubilden. Wenn ein ganzes Symbol die Wertigkeit von einer Million Personen hat, dann hat ein halbes Symbol die halbe Wertigkeit, also 500.000. Die Größen, die nun wichtig sind, sind 500.000 und eine Million. Wir sehen uns zunächst das Burgenland an. Es gibt 301.966 BurgenländerInnen. Liegt 301.966 näher bei 500.000 oder bei 0? 301.966 liegt näher bei 500.000. Daher runden wir die Zahl auf 500.000. Nun überlegen wir für Wien. Die Anzahl der WienerInnen ist 2.6134. Wir runden auf Millionen. Somit ist die Anzahl der WienerInnen rund 2 Millionen. Jetzt erstellen wir wieder ein Piktogramm. Wie können wir die Zahlen oben rechts mit diesen Wertigkeiten darstellen? Wie viele Symbole brauchen wir dafür? Stoppe jetzt das Video und überlege dir die richtige Darstellung. Für die Darstellung der Bevölkerungszahl des Burgenlands verwenden wir ein halbes Symbol. Für Wien notieren wir zwei ganze Symbole. Diese Darstellung ist sehr übersichtlich. Außerdem gehen nicht wie zuvor alle BurgenländerInnen in der Darstellung verloren. Es entsteht jedoch noch immer ein Rundungsfehler von rund 200.000. Ein halbes Symbol steht für 500.000. Aber im Burgenland leben ca. 300.000 Menschen. Daher kommen wir nun zur zweiten Möglichkeit. Wir können nämlich auch zwei verschiedene Wertigkeiten angeben. Das größere Symbol steht für eine Million Personen. Und das kleinere Symbol verwenden wir für 100.000 Personen. Sehen wir uns ein Beispiel an. Wir wollen mit diesen Symbolen die Zahl 2.255.000 darstellen. Das größere Symbol steht für eine Million. Das kleinere für 100.000. Wir runden daher auf 100.000. Ist 2.255.000 näher bei 2.200.000 oder bei 2.300.000? Genau. Sie liegt näher bei 2.300.000. Ich schreibe also 2.255.000 ist rund 2.300.000. Wir verwenden zwei große Symbole, um die 2.000.000 darzustellen. Nun bleibt uns noch 300.000. Dies stellen wir mit drei kleinen Symbolen dar. Und schon sind wir fertig. Diese Darstellung stellt die Zahl 2.255.000 dar. So, da du dir den Lernzyklus aufmerksam angesehen hast, bist du jetzt bereit, selbst eine Aufgabe zu lösen. Erstelle auf deinem Blatt Papier ein Piktogramm. Dafür verwendest du die Werte aus der Tabelle und die angegebenen Wertigkeiten. Bei dieser Aufgabe verwenden wir nur ganze Symbole. Du kannst sie wie einfache Strichfiguren zeichnen. Es ist aber wichtig, dass du große und kleine Figuren deutlich unterscheidest. Stoppe jetzt das Video, um das Piktogramm zu erstellen. Hast du das Piktogramm schon erstellt? Hast du die Wertigkeiten und die Beschreibung des Inhaltes dazugeschrieben? Falls nicht, dann mach das bitte noch. Wenn du fertig bist, dann vergleiche. So sollte das Piktogramm aussehen. Kontrolliere, ob du in jeder Zeile die richtige Anzahl an großen und kleinen Symbolen hast. Stoppe jetzt das Video und vergleiche in Ruhe. Fassen wir also zusammen, was wir in den Basic-Videos gelernt haben. Wir wissen nun, dass wir die Wertigkeit der Symbole erhöhen können, um große Datenmengen mit einem Piktogramm darzustellen. Dabei müssen wir aufpassen, welche Wertigkeit wir wählen, um große Rundungsfehler oder Unübersichtlichkeit zu vermeiden. Bei der Betrachtung von Piktogrammen musst du darauf achten, welche Wertigkeiten in der Legende der Darstellung angegeben sind. Denn wir können halbe Symbole oder kleine Symbole verwenden, um unterschiedliche Wertigkeiten anzugeben. Das war's auch schon wieder mit dem Basic-Videos. Weiter geht es im Mastery-Video. Da kannst du dein Können bei weiteren Aufgaben zur Erstellung und Interpretation von Piktogrammen testen. Ich freue mich drauf. Bis dann!